Level 2 Ice Cream Island Oh Ähm Ja dann wollen wir hier doch mal rein Was haben wir denn hier Schönes Also ich weiß nicht ob ich das Spiel immer zu weit gespielt habe Aber ich kann mich auch Ich glaube die Dinger sind nicht ganz so gut Also da ist eine Höhle auf jeden Fall Also es geht aber auch noch weiter Also Also vom Design sieht das hier echt faszinierend aus Also muss man ja schon sagen Also das Spiel auch generell Das ist echt schick Das ist Schneeke Will ich jetzt mal so behaupten Heute gibt es die bei euch heute Schönes zu essen Also bei mir gibt es heute Salat Und dieses so Grillfleisch halt noch Was meine Eltern übrig hatten Weil da kriege ich heute noch Habe ich heute schon Batzen bekommen von so Sachen Ganz viel Hähnchen und Würstchen Oh aber was habe ich denn heute mit Niesen hier Ist ja ekelig Kann ich den Hey Hey Weil jetzt ist meine Verwandlung Oh Kann ich Nein Oh der Tornado Kirby Oh guck den What Ne 2 5.000 Das mal nach So So da ist die Nummer 2 Was ist da denn los Oh das Hä Was ist das denn Ist ein Ei und ein Huhn Press the buttons to Michael Kirby's mouth open Try to eat eggs but not bombs Oh Oh Das kenne ich Oh Shit 3000 Da haben wir Kirby Das hat Spaß gemacht Oh Ja Ist mal blöd gesagt Aber wie komme ich jetzt da weiter Ich muss das Ding noch irgendwie kaputt machen Ah Ähm Ich würde gerne die Verwandlung irgendwie entfernen Wie geht das Boah Zaubernd Ich glaube hier kann man sich ne Oh shit Ne Fähigkeit aussuchen Und jetzt kommt hier irgendein Boss Oder Ah wow Irgendwie ist das schon ne starke Attacke eigentlich Muss man das schon irgendwie sagen Ich hab gesehen dass da sehr viele Gegenstände rumlagen Aber hey Ne vier Hey Habt ihr bis jetzt hier Spaß dran Ich weiß es ja nicht Ich weiß es ja nicht Findet ihr bis jetzt das Spiel Bei mir gibt es noch Äh Vom Frühstück Brötchen und Laugenbrüche Oh Kranefeber Äh Use the butt Okay das sehen wir schon Da haben wir den dicken Kirby Ich hab irgendwie das Gefühl Dass man mit dem kleinen Kirby Irgendwie auch Viertelglück haben kann Oh wow wow Das ist ein bisschen Sonst wird rechts Guckt euch die Ärmchen an Nein Wir haben doch nur zwei Versuche Nein Nein Das haben wir verkackt Spiel ist echt niedlich Ja irgendwie schon Oh Okay Nummer drei Also ich hätte Wie ich schon vorhin meinte Ich hätte nicht gedacht Dass ich jemals in meinem Leben So viel Spaß mit diesem Spiel haben würde Man kann sogar nach oben schieben Boah ich hab jetzt voll Bock Generell Kirby zu spielen Also auch mal so neuere Teile und so Uiuiuiui Uiuiui Ja und das war's mit unserer Superkraft Müssen wir uns eine neue suchen Oh da ist ein Upp Nothing Nothing Oh shit Wir haben keine Superkraft Und das ist Metanite Ist das Metanite? Soll das Metanite darstellen? Ich weiß es nicht Nothing Nothing Und wir sind tot Wir starten jetzt wieder ganz am Anfang Das finde ich ein bisschen doof Das ist ein netter Start Also wenn wir mal hier direkt zum letzten Abschnitt starten Finde ich das eigentlich voll gut Ich weiß es nicht wow war aber schwierig na also der tätig aber hier fast nicht hinbekommen das muss ich schon sagen also nämlich fast hier verkackt eiert so das war schon so also das muss jetzt aber ordentlich nach oben mit zwei haben wir noch ein bonus gibt es dann dahin laser und vierer macht denn der laser ok nehmen wir dann einfach mal mit euch bringt da ja was schönes wenn ich mein laser mein laser geklaut alles gauner hier ich sag's euch und sind die alle so frisch hier ach das ist der langweilige spark ok ist in ordnung es kommt wieder ein boss ok 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 oh ouchi nein sind die alle so frech laser magie also langsam ja ja komm die wollen mich wohl hier alle umbringen oder oder warum greifen die mich so an ich weiß es nicht schon irgendwie frech muss man ja schon sagen also ich finde so was frech sollen wir denn noch eine welt machen oder sollen wir gleich das nächste spiel versuchen ist das denn ach so das war die halle und haben wir hier arena zwei kämpfer gehen rein aber einer will nur rausgehen du kannst deine tomate und eine ability gewinnen da haben oder kriegen oder was auch immer wenn du noch ein level ok der tomate das ist irgendwie lang langweiliger als ich dachte ok aber lustig also mit level meine ich noch eine welt nicht nur ein level halt noch eine welt danach meine ich also wir werden die welt auf jeden fall noch fertig machen und dann gucken wir in der zeit gleich nur noch ob wir dann halt auch noch also wie weit wir generell machen wir müssen aufpassen die sind ein bisschen böse also oh oh nein kommt zurück princess ich konnte nicht vorbei nein nein ich nenne das ist ja ein mario spiel das ganz alt von game war ja irgendwie schon die musik findest du krass also ich finde es auch so weiß ich nicht ich also kann ich halt ein sehr sehr einfach spielerei davon gibt es ja sehr viele teil der letzte war ja auch endlich mal der erste 3d teil auf der switch ich muss sagen carby war jetzt nie so meins weil wie gesagt ich finde halt so einfach die spiele und ich mag nicht zu also ich mag auch lego spiel sind ja auch jetzt nicht gerade schwer aber ich mag es ja trotzdem so ein bisschen wie soll ich sagen das war mir trotzdem irgendwie bis zu anspruchslos immer diese spiele und deswegen habe ich die meisten nicht gespielt shit nein dann hat mich fühlt sich noch wie ein kind wenn man das gewaschene wäsche bei mir den eltern auch schön nachkommen aber ab und dumme brauche ich ja alle nicht auch da ist der bosch und da ist eine sternentür aber was weiß das station ist da will take you to another stage hop honest da wo für number let's go ich will aber bei links zwei bleiben ja ich würde nur sehr sehr gerne vorher mir noch kurz eine ability holen und dann können wir eigentlich auch schon los was holen uns denn ich glaube den laser den können eigentlich beibehalten und feier auch sehr gut ist ja nie machen wir danach noch eine welt oder sollen wir ein anderes spiel spielen das ist die frage oh shit oh okay das ist fies ich versuche noch mal hey ich muss mich kurz konzentrieren shit oh mein kind kannst du noch in der welt spielen was deinetwegen bio Bis zum nächsten Mal.